Kurz folge gespeichert und jetzt kommt die neue folge hallo herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft playstation 4dischen seiner sehr intimen folge so 3 sterne und ich sind kein unterschied natürlich ich war immer drei sterne egal was ich mache ich bin drei sterne deluxe ja ja ich weiß schon mal hier so rein oder vielleicht so 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 mein stoffen was oben rein da kann ich ein bisschen abschicken was da drin ist hier ist das beispiel nix jetzt aber juckt mich nicht ich muss viel öfter stream da mal darf nämlich die besten folgen auf zwei blöcke vorher war es ist viel ja ja ich weiß schon in den ort es gibt nur eine hölle das ist aber nicht wahr herzlich willkommen zu let's play dosenwurst eigentlich müsstet ihr ja jetzt das alles viel hellers sehen als ein als ein youtube nah also ziemlich hallo eigentlich okay ich möchte sagen ich stelle eh im arsch redstone wenn wir jetzt jemanden finden dann geht mir einer ab hier nö sorry leute dosenwurst die anfänger das ist mir zu intim also dietrich wenn er die mann richtung ist mir zu weit springen wir springen wir erst mal hoch gehen wir eine neue spitze gemacht oder ja also es gibt ja was sechs leute sechs leute meine dummheit an das muss was heißen ich bin kein stück müde ne nein das gute eisen sorry hund der kommt auch so irgendwie hoch lass einen raus ja sorry tim gerade eben muss keiner raus die bleiben eingesperrt solange ich das will okay ich muss grad leider nicht Ist überhaupt noch einer hier, weil ich hier mein Griff zockt, oder seid ihr einer hier, weil ich irgendeine Scheiße baue? Mal ehrlich jetzt Sorry Junge, jetzt kommen sie aber Das war leider alles Du, die kommen jetzt in YouTube Was denn sonst? Die kommen alle in YouTube, die folgen Sobald ich sie halt aufgenommen habe Okay, ich habe aufgenommen, aufnehme ich angefangen auf 28, jetzt ist 35 Sieben Minuten geht die Folge schon, also nochmal sieben Minuten, dann ist die Folge wieder rum Alles um 42 Merke ich das, 42 In sieben Minuten muss ich die Folge beenden Dann startet wieder eine neue Folge Inzwischen schon um Dreiviertel elf Oh nein, falsche große Tour So, müssen wir was essen hier Muss ich auch ein bisschen was naschen können So, das vernasche ich gleich noch kurz Ich tue mal kurz ein Buch für Zauber, oder? Hm Ah Es ist aber Schluss da oben mit dem Gerülpse, ja? Schluss ist jetzt Mann Stopp, eine Kuh Unglaublich, immer diese Rülpse Ich meine, einer muss es ja gewesen sein Wenn nicht ich, dann die Kuh Ja Total wenig Fleisch, ne? 50 Steaks Total wenig Fleisch Ist ja aber Gronkh schon gebaut, glaube ich Oder? Ne Ne, 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 war nicht Gronkh, sorry War ja irgendjemand anders hier, war ja Irgendwas angeguckt Da hat man einen Riesen-Glo gebaut, das war voll witzig Oh, da kommt auch noch Ich glaube, da kommt auch noch Jetzt ist schon wieder weg Nein, der war jetzt ganz lahm Also der war jetzt ganz lasch Aber ich muss rülpsen, auch wenn sie nur ganz klein sind Voll viel, da kommt einfach voll viel Luft raus Richtig geile Streamer-Community hier, muss ich sagen Ich bin stolz auf euch Oh, hier ist schon Eisen drin Gleich mal Eisenwerkzeug machen Da 370 Brote Ey, da kann die Logometer, Alter Warte, guck mal, wie Brote ich jetzt mach So Äh, Brote Hier, Brote Brote, Brote, Brote Brote 42 Okay Davon kann man leben, würde ich sagen Äh, Folge Stream, Folge, Punkt, Punkt So, also Aber bestimmt Folge 40 Nö, ne, nicht ganz Nicht ganz Also wenn wir 50 Folgen haben Das war schon mal ein richtiger Voller, Alter Dann haben wir eine Runde Da wird gefeiert, Buwe 5, 12 Stunden Livestream, würde ich mal sagen, oder? 12 Stunden Livestream Wegen, wegen was, was ich verbracht habe, okay? So Oh, wenn wir genauso viel Eisen, wie wir hatten, bevor wir angefangen haben zu spielen So Ich geh jetzt wieder runter an die Mine Und tu ein bisschen meinen Bild dir deine Meinung Ich weiß nicht, ich glaube ich komme nicht Ich bin dieses Jahr kein richtiger Faschinggänger Ich bin kein Fan davon, dieses Jahr Dies habe ich vorgenommen, kein Faschinggänger zu sein Fasching, okay, ja Aber nicht jeden Fasching Ich bin auch nicht unbedingt Nee, ich habe irgendwie gar kein Bock Hey, da komm ich ins YouTuber-Haus, würde ich sagen, oder? Ich bin kurz die Folge, Leute Ich mache kurz eine neue Ja, danke einfach Bis zum nächsten Mal.